Herzlich Willkommen auf Revitec. Das Asus Laptop ist mit einem superschnellen Ritzen 5 3500 U8 Thread Prozessor ausgestattet, der für Office, Heimarbeit und Spiele mehr als genügend Leistung bereitstellt. Eine große 512 GB SDD stellt mehr als genug Platz für ihre Daten und Anwendungen bereit. Windows 10 Professional 64 Bits ist mit allen Treibern installiert. Außerdem ist ein Microsoft Office Paket als Vollversion enthalten. Besonderheiten superleichte 2,3 kg, leise Kühlung, HD++ Display, 8 GB DDR4 RAM, HD Webcam, HDMI, Kopfhöreranschluss, Mikrofon, RJ45 und USB 3.0. Windows 10 Professional 64 Bits ist komplett mit allen Treibern installiert, sowie einem Microsoft Office Paket als Vollversion etwas muss repariert werden. Die Service Mitarbeiter kümmern sich im Anschluss in der eigenen Produktion um das Upgrade ihres Geräts. Mit größter Sorgfalt und dem passenden Werkzeug öffnen sie das Gerät und verbauen die Komponenten. Im Anschluss wird das System auf Funktionsfähigkeit geprüft. Alles wird behutsam verpackt und mit dem Qualitätssiegel verschlossen. Falls dir das Video würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.